Hallo Céline. Hi. Was gab es heute zum Frühstück? Ehrlich gesagt nur einen Kaffee. Frühaufsteherin oder Nachtäule? Frühaufsteherin. Nachrichten schreiben oder anrufen? Anrufen. Baden oder Duschen? Duschen. Lieblingsfarbe? Habe ich keine. Dein liebstes Urlaubsziel? Die Türkei. Welchen Feiertag braucht die Welt? Zu viele. Mit welchem Promi würdest du gerne mal im Aufzug stecken bleiben? Am besten gar nicht. Was machst du bei der BSR? Ich bin Jugendvertreterin und arbeite im Ausbildungszentrum und bin in der Sachbearbeitung der gewerblich-technischen Ausbildung. Die BSR ist für dich? Ein super Arbeitgeber. Vielfalt bedeutet für dich? Die Chance für die Zukunft. Und wie viel Vielfalt steckt in der BSR? Sehr viel, aber ich hoffe, in der Zukunft kommt sogar noch mehr dazu. Musstest du schon mal gegen Vorurteile ankämpfen? Ich selbst nicht, aber man bekommt es leider immer noch mit. Welche Bedeutung hat dein Alter für dich? Nicht wirklich eine Bedeutung, denn man ist so alt, wie man im Kopf ist, meiner Meinung nach. Was zeichnet einen Menschen aus? Das Zusammenspiel des Charakters und des Auftretens. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass wir weiterhin alle so super zusammenarbeiten bei der BSR und viel Vielfalt noch weiter an Bedeutung gewinnt. Jetzt schneid mal deine verrückteste Grimasse. Da würde ich lieber passen. Danke, dass du dabei warst. Danke auch. Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank.